Und ne Bolle, 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 bolle. Bruder hat uns mal wieder ein gutes Kapitel geliefert. Wir hatten etwas Action, Humor und auch ein wenig Drama und jede Menge Frauenpower. Ja, so muss das sein. Und das Tolle ist ja, dass wir auch mal wieder etwas von Enel gesehen haben. Also er scheint gut gelaunt zu sein und produziert mit fröschen Kaugummi-Blasen. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich so recht von Orochi halten soll. Viele haben schon angesprochen, dass er Spendam in vielerlei Hinsicht sehr ähnelt. Orochi hat weder einen guten Charakter, noch macht er in seiner menschlichen, geschweige denn in seiner Schlangenform optisch etwas her. Und starke technisch hat er natürlich auch nichts auf dem Kasten. Alleine seine Position macht ihn so mächtig, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und auf die leichte Schulter nehmen. Orochi frisst eine seiner Leute auf und die schöne Komurasaki. Doch Daiko unternimmt nichts, weil er der Ansicht ist, dass das Shogun alles tun kann, worauf er Lust hat. Und niemand ihm etwas vorzuschreiben hat. Toko möchte, dass ihr geholfen wird, doch Robin ist sich nicht einmal sicher, ob sie ihr Leben retten kann. Zum Glück kam der Knochenmann Brog vorbei. Und rettete die beiden. Doch wie ist es möglich, dass Ninjas vor Geister Angst haben? Hat vielleicht der Geisterstundenjunge etwas damit zu tun? Und dass ein Geist nicht nur Mädels beim Baden zu gucken kann, zeigt dir auch Robin, als sie Daiko mit einer riesigen Hand stoppt. Einfach so, ohne große Not und Anstrengung. Wie zu erwarten kamen Brog, Nami und Shinobu Robin zur Hilfe. Zu unserer Überraschung war Shinobu vor 20 Jahren sehr hübsch und vor allem tödlich. Was ist in den 20 Jahren nur passiert? Hatte sie wohl noch eine Weile in einem Bad aus Milch, Honig oder Mandelöl gebadet und wäre sie noch so schön wie damals. Sie bekam die Männer in doppelter Hinsicht in die Kiste. Eine tödliche Pharao eben. Und obwohl Hanzo so riesig ist, ist er in der Lage Leute aufzuspüren. Also Wahnsinn. Doch auf eines ist er nicht gefasst gewesen. Nämlich der legendärsten One Piece Technik aller Zeiten. Besser als Gum-Gum-Mampfen. Besser als Mr. Fives Pöbel-Attacken. Oder Kinemons Pups-Verständigung ist Shinobu's legendären Ninja-Kunst-Eierbrecher. Autsch! Das tut ja schon vom Zusehen weh. Hanzo meinte gleich, nachdem seine Eier wie Tennisbälle angeschwollen sind. Das ist also die Macht der Männer-Mörderin. Ich weiß ja nicht wieso, aber bei der Technik muss ich immer wieder an den Film voll auf die Nüsse denken. Jedenfalls benutzt Shinobu ihre Teufelsfrucht und plötzlich bricht die Decke über Orochi ein, dem nichts anderes übrig bleibt, als Komorazaki auszuspucken. Sie hat wohl nicht gut geschmeckt. Es erweckt erst den Eindruck, als hätte es Komorazaki geschafft, sie sich mutig ihrem Schicksal gestellt hat. Doch dann steht Kiyoshiro vor ihr, zieht blitzschnell sein Schwarz und schlitzt sie auf. Alle Beteiligten sind natürlich schockiert. So auch Orochi, doch es ist bereits zu spät. Die Ehre eines Samurais hat für Kiyoshiro noch höheren Stellenwert als die Befehle eines Shogun. Nach seiner Tat betrachtet Kiyoshiro den Zettel des Umsturzes. Doch wie ist er an den Zettel gekommen? Und was steckt noch hinter seiner Tat? Was verschweigt er uns alles? Kiyoshiro ist eine interessante Figur. Sie hat ein cooles Design und vor allem die Elvis-Tolle gefällt mir. Und sie ist auch kein Kanon-Futter wie die ganzen Ninjas von den Oniwabanuszu. Wenn sie so schwach sind, wie sollen sie denn einen Shogun beschützen? Aber vielleicht kommt da noch was. Mich würde sie jedenfalls sehr freuen und bisher habe ich mir echt mehr von der starke Wanakunis erhofft. Aber vielleicht waren meine Erwartungen einfach zu hoch. Wie steht ihr dazu? Robin und Otoko wurden von einem gut entbrannten Orochi verfolgt. Der Otoko während ihrem Lachen. Die Mitschuld an Komorazakis Tod gibt. Also Sympathiepunkte wird Orochi nicht mehr gewinnen. Und Nami springt ein und ruft Zeus, den sie in ihrem Klimataktstock aufbewahrt. Er futtert ein Weather-Eck und lässt sich somit von Nami kontrollieren. Und dass die beiden ein eingespieltes Teams, das zeigt Nami mit einer Sander-Storm-Attacke. Sie nimmt Zeus und schleudert ihn mit voller Wucht auf den Boden. Und ein Blitzgewitter entfacht sich. Also wie geil ist das denn? Sie hat auch schon gegen Big Mom einiges gezeigt. Aber ist das alles? Reicht das? Ist Zeus' Namis neues Power-Up? Was würde passieren, wenn Big Mom stirbt? Wird Zeus dann sterben, wie viele vermuten? Oder ist es möglich, dass er auch ohne Big Mom weiter existiert? Wird sich Zeus in Luft auflösen, wenn er sich zu weit von Big Mom entfernt? Kann Big Mom die Aura von Zeus spüren, dass sie ihn erschaffen hat? Fragen über Fragen. Doch niemand kann uns die Antwort sagen. Ja, vielleicht gibt es ein paar. Glaubt ihr, Zeus ist Namis neues Power-Up? Was haltet ihr von ihm? Er reißt ja Namis Klimataktstock mit und scheint sich ja auch sehr wohl zu fühlen. Man kann ja schlecht Nami erst Zeus geben und dann nimmt man ihr Zeus wieder weg und ersetzt ihn durch einen neuen Klimataktstock oder vielleicht einer Teufelsfrucht. Das würde im Moment auch nicht passen. Ja, Nami vielleicht zu stark machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda Nami auf einer Stufe mit Raffi und Zorro sehen will. Aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ah, wie geht es euch, wenn ihr Komorazaki seht? Ich habe mir echt mehr von ihr erhofft. Vielleicht ein wenig Wehrhaftigkeit oder aber mehr Tiefgründigkeit. Die hätte dem Charakter echt gut getan. Schlecht wäre es ab, wenn Komorazaki, ähnlich wie Peru, von den Toten aufersteht. Wie ein fleißiger Zombie. So kann aber auch mehr der Fokus auf Oden und den Kotsuki-Clan gelegt werden oder mal wieder auf Raffi und Kit eingegangen werden. Ah, da freuen wir uns drauf. Inzwischen gibt es aber so viele Charaktere. Ja, da tut es auch mal gut, wenn wir uns von ein paar verabschieden. Damit wir nicht wieder einen Schritt vor und zwei Schritte zurück machen. So fühlt es sich leider manchmal ein wenig an. Das betrifft vor allem Big Mom. Sie wird vorerst aus dem Spiel genommen, um später ordentlich auf den Putz zu hauen. Es stellt sich mir nur die Frage, ob sie ihr Gedächtnis vollständig zurückerlangt oder nur teilweise. Wenn sie sich nicht mehr an Zeus erinnert, wäre das ja die Chance für Nami ihn dauerhaft zu behalten. Also wie geil wäre das denn? Aber natürlich nur, falls es möglich ist. Big Mom bekommt ein wenig Shiroku, also eine süßliche Suppe aus roten Bohnen. Also ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, aber bestimmt gut. Und dass sie davon nicht satt wird, stört sie nicht einmal die Pune. Okay, dazu ihr letztes Essen mit ihr geteilt hat. Also Big Mom hat Herz. Big Mom bekommt jedoch mit, dass es in Udon jede Menge Shiroku geben soll. Und Big Mom ist einfach nicht zu bremsen. Was wird wohl passieren, wenn Big Mom in Udon aufkreuzt? Was wird euch gefallen? Schreibt es in die Comments. Hinterlasst mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Und bevor ich es vergesse, in neun Tagen beginnt die große Schlacht. Und es wäre schön, wenn sich die Ereignisse mit der Reverie überschneiden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.